Hallo, mein Name ist Sebastian. Ich bin der Gründer von Easy Livestream, einem erfolgreichen Startup hier aus Berlin. Und wenn du Lust hast, beruflich in einem Startup dich auszuprobieren, du echte Verantwortung benehmen willst und du dich für die Themen SEO, Marketing interessierst, dann bewirb dich doch bei uns und schau einfach kurz dieses Video, wo ich ein bisschen was erzähle über unsere Firma und die Stelle. Du hast vielleicht schon bei einer Agentur oder einer größeren Firma gearbeitet und konntest dich aber bisher nicht so richtig ausprobieren, wurde es da gebremst, hast vielleicht ein wenig Lust auf dieses Startup-Abenteuer, dann bist du bei uns perfekt. Aber auch talentierte Berufseinsteiger, die bisher alles sich selbst beigebracht haben, vielleicht weil sie einen kleinen Online-Shop haben, auch ihr seid herzlich willkommen. Wer sind dieses Wir? Wir sind eine kleine Truppe von sieben Leuten, drei Techniker, zwei Kundenberater, eine Person für administrative Sachen und meine Wenigkeit als Gründer. Dazu kommt noch ein ganzes Netzwerk an Freelancern, Praktikanten und so weiter. Was wir tun? Wir machen Event-Livestreams. Dabei nutzen wir, anders als unsere Mitbewerber, iPhones als Kameras und ein iPad, um zu schneiden. Das bedeutet, unser Setup ist extrem kompakt. Wir haben kurze Aufbauzeiten, kurzfristige Buchbarkeit und einen super günstigen Preis, insbesondere im Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Zusammen mit der Pandemie hat uns das im letzten Jahr schon ganz viele Kunden zugespielt. Und 2022 wollen wir noch weiter wachsen. Mehr Mitarbeiter, mehr Sets, mehr Fahrzeuge, ein neues Büro. Aber dafür brauchen wir einen professionellen, systematischen Marketingansatz. Also dich. Unsere Firma ist dabei im Prinzip eine grüne Wiese. Die Webseite ist eher so zufällig entstanden, wie sie ist und eben nicht eine moderne Landingpage. Werbung haben wir ebenfalls kaum gemacht. Und ja, du kannst dich hier bei uns richtig austoben. Das Wissen, was wir uns von dich erhoffen, von dir erhoffen, fasse ich mal so in drei Stichworten zusammen. Das ist also gute Landingpages und Customer Journeys entwickeln, Content-Optimierung nach SEO-Prinzipien und drittens das Aufsetzen und Optimieren von Google, LinkedIn, Facebook-Ads und so weiter. Aber du bist natürlich nicht allein. Und in unserem Team gibt es Mediengestalter, Video-Editoren und natürlich auch Webmaster. Und du entwickelst eben die Strategie mit uns zusammen und hilfst aber dann eben auch mit beim Content. Dafür sind aber natürlich auch gewisse Grundkenntnisse von Vorteil, also Text, Bild, WordPress und so. Das sollst du natürlich kennen, wenn man solche Dinge baut. Das Ganze wollen wir dann im Laufe der Jahre auch bundesweit aufsetzen mit verschiedenen Standorten in verschiedenen Städten. Es gibt also genug zu tun. Bezahlen können wir dir 2.500 bis 3.500 Euro brutto, je nach Qualifikation. Wenn du neugierig bist, schreib uns doch einfach über das Formular easy-live-schirm.de-karriere. Ich würde mich sehr über deine Bewerbung freuen. Ganz herzlichen Dank. Wiederhören. Ich würde mich sehr über die Bewerbung freuen.